1997, da nahmen Sie, unsere Zuschauer, Anteil an dem Schicksal von Jonas. Er hat es geschafft und er ist heute gesund. Jedes Jahr bringt Jonas seitdem seine Spende zu uns in die Gala. Und in diesem Jahr, da haben wir zu ihm einmal Danke gesagt mit einer Überraschung. Jonas und seine Geschwister waren nämlich eingeladen bei den Rollschuhflitzern vom Musical Starlight Express. Und jetzt freuen wir uns auf gute, junge, Bekannte. Hier sind Jonas, Johannes und Katharina. Johannes, Katharina, Jonas. Jonas, geht es dir gut? Hm. Drehst du dich um, damit die Leute dich auch sehen können? Wie toll du jetzt aussiehst? Letztes Jahr bist du in die Schule gekommen, ne? Zweite Klasse versetzt worden? Oh, Gott sei Dank, hat geklappt. Katharina, du hast uns da ein tolles Glas mitgebracht. Was ist denn da drin? Geld, 555 Euro. 555 Euro. Mensch. Toll. Sag mal, Johannes, ihr wart bei Starlight Express, ne? Ja. Da ist auch für brisanten Film gemacht worden mit euch, ne? Wie war es denn? Cool. Cool? Cool. Krass. 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 Super. Super. Ja, ja. Und ihr habt uns von da was mitgebracht, Jonas, ne? Was denn? Geld. Na, Geld. Aber noch was. Neun Musiker und Künstler. Neun Musiker und Künstler. Genau. Hier sind sie. Starlight Express. Die Sprung hat mich wohl nicht. Achst mich, grünen. nicht, ich Wester bin. Dann verschließ mich wiederkommen. Oh, 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 oh. Wir sind ein Liebenkart am Ende. Ja, ja. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Wir sind ein Liebenkart am Ende. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Wir sehen ein Licht, das Wasser endet. Wir sehen ein Licht, das Wasser endet. Oh, je, je, je. Das Wasser gibt uns krass, wir haben's geschafft. Ganz am Ende, der Zulusch aller ist da. Wir sehen ein Licht, das Wasser endet. Oh, je, je, je. Denn der Ende war, der uns ein Zeichen gibt. Wir sehen ein Licht, das Wasser endet. Wir sehen den hellen Schein, der kommt uns am Sein. Denn ein Licht scheint uns in der Dunkelheit. Star... 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 Für dauerhafte Liebe hatte ich noch nie Talent. Ich such noch immer nach der Antwort, die mein Herz nur kennt. Was tust du, wenn die erste Liebe gleich die größte ist? Die einzige, die du trotz allen anderen nie vergisst. Fragst du mich noch einmal, dann sag ich wieder ja, so wie es früher war. Wir zwei allein im Licht der Sterne. Im Licht der Sterne. Die Bringspaw, 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 der Diesel. Hier kommt die Diesel-Lock, der hält es wohl ins Dach. Hört den Verdunst. Steigt in den Diesel ein, er wird der Siegel sein. Hört den Rhythmus. Oh, die Diesel-Motor hat die Antriebskraft. Die viel mehr PS als jede andere schafft. Und im Rennen immer vorne liegt man Rhythmus sieht. Oh yeah, yeah. Sieh mich schnaufen, hört mich schnaufen. Hab auf den Eiern. Diesel hat den Vorzug. Hab Rhythmus. Hab Rhythmus. Hab Rhythmus. Hab Rhythmus, yeah. Diesel ist im Rennen. Diesel ist im Rennen. Sieh dem erst im Rennen. Diesel ist im Rennen. Ich bin heute erster. Ich bin heute erster. Rhythmus, 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 Rhythmus. Oh yeah. Mein Gott, bin ich schön. Am Pompenei. Ich bin jetzt im Rhythmus, 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 Rhythmus. Guten Abend, Herr Carreras. Wie geht's? Vielen Dank. Verehrte Gäste, liebe Zuschauer, seit über 16 Jahren und mit mehr als 10 Millionen Besuchern ist Starlight Express in Bochum die erfolgreichste Musicalproduktion der Welt. Und weil es uns so gut geht, haben wir uns gefragt, was können wir tun, um etwas zurückzugeben. Und dann sind wir auf die Stiftung von Herr Carreras gekommen. Und seitdem ist wirklich bei uns im Haus jeder mit vollem Herzen dabei, dieser Stiftung und auch diesen Kindern zu helfen. In den letzten acht Wochen haben wir im Theater am Wochenende immer für die Stiftung gesammelt. Wir haben auch vor drei Tagen am Montag eine ganz große Benefizgale veranstaltet. Insgesamt haben wir 73.000 Euro gesammelt. Ja. Dankeschön. Cool. Danke. Unser Produzent, Thomas Kraut, hat den Betrag auf 80.000 Euro aufgerundet. Ich möchte mich hiermit... Ja. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Solidarität und für diese großartige Spende. Ich möchte mich bei ihm, bei unserem Produzent bedanken, auch bei unserem lieben, treuen Publikum und bei Greg Castiglioni, ein Ensemble-Mitglied bei Starlight, der unsere Gala organisiert hat. Danke. Also, liebe Zuschauer, wenn Sie Starlight Express noch nicht kennen, dann bitte schauen Sie im Internet unter www.starlight-express.de. Bis bald in Bochum. Und jetzt, Herr Carreras. Vielen Dank, nochmal... Es ist mir freundlich. Vielen Dank und bis bald. Es ist mir eine Ehre, Ihnen diesen Scheck über 80.000 Euro überreichen zu dürfen. Perfekto. Perfekt. Muy amablos. Sehr liebwürdig von Ihnen. Danke vielmals. Danke, Starlight Express. Dankeschön. Frau, ich kann noch falsch überrechnen. Vielen Dank. Vielen Dank.